Ja, das beste Saisonsspiel, heute in der Oberliga-Saison gegen den Turms. Das ist ein tolles Spiel, eine tolle Kulisse rein. Ein Haufen Zuschauer, ein Haufen Gäste da. Heute ist das Spiel, wie gesagt, den Turms ist ein sehr engagiertes Spiel gegangen. Und dann haben wir am Anfang gleich eine gute Chance gehabt mit Blas, glaube ich war's. Hat bei René Bommare so gut reagiert. Dann haben wir einen kleinen Mann in Kielfurt. Wir haben uns gelungen nach der Pause. 2 zu 0. Wir haben geschiessen, da haben wir ein Kreuz-Christian. Nach der Pause haben die Turms wieder ein bisschen gedruckt. Die haben es so ganz gut gewolltet. Wir haben dann noch einen Dreh. Wir haben uns geschiere Nachschluss bei André auf der Pause. Wir haben uns geschiere Saison beendet mit einem 3 zu 0 Ergebnis. Nach einer grünen Saison, wie sie sagen, sensationell. Wir haben uns geschiere Nachschluss schon. Die Sonne, der ganz hinterher ganz stark konzentriert. Und dann gestankten FC Bozen. Das ist ein Grunde für ganz abgesehen. Das ist eine sensationell Leistung. Und dann kommt die Wendung an die Mannschaft, das Trainer-Team, die Betreuer und alle, die hinterher dafür gearbeitet haben. Und ich wünsche euch ein ganz schönes Super-Aufzug. Bis zum nächsten Mal.